Berger, hast du die Idee, was wir heute machen? Also, konkret nicht, aber ich habe was in der Zeitung gelesen. Und zwar, heute soll die fulle Action sein beim Rockenkreis in Karpfenberg. Da ist Action. Action. Und Action ist was für uns, oder? Wir lieben Action. Wir lieben. Wir sind Action. Wir heißen Action. Action, das sind unsere zweiten Vornamen eigentlich. Und Nachnamen? Ich habe nur gelesen, Action, Rotkreuz, Dienststelle, Karpfenberg. Action? Action. Ich glaube, da vorne steht es Berger. Schau. Blutspende-Action. Ah, das heißt nicht Action, das heißt Aktion. Blutspende-Aktion. Oh, weißt du schon mal Blutspenden? Nein. Ich auch nicht. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Blutspende-Action. Au weh. Guten Tag. Hallo. Ist das wüt? Tut das weh? Tut leid. Nicht? Das tut leid. Gesundheitsbogen. Ja, bist du blöd. Name. Da fangst du schon zum Jankern an. Komm, nommen. Zwei noch. Was ist noch ein Zweiten? Kannst du jetzt anbohren. Alles Gute? Ja. Dass die Leute da schon lachen können, wenn sie da rauf gehen. Ja. Ich verstehe das nicht. Bleiben Sie an Allergie gegen Jambor. Wann sind in den letzten sechs Monaten im Ausland? League Nano. Wow, ciao. Berger, ich geh da nicht rauf. Oh, ihr kommt gemüt. Mir ist jetzt schon schwindelig. Wie viel? Stell dich nicht so aus. Ist das gut, kriegt man da ein Jausen? Ja. Ich habe mir das Blutspäden für Ärger vorgestellt, aber da kommst du und kannst schon jausen. Ja. Achso, noch nicht? Platz ist da vorne beim Herrn Doktor und bei einem lieben Kollegen. Entschuldigung. Ich kriege das Essen persönlich von meinem Doktor. Ich glaube auch. Ich möchte da bitte den Herrn Jambor anmelden zum Blutspäden. Dann muss der Herr Jambor von mir platzen. Ich warte unten im Auto. Nein, du wartest nicht im Auto, du sechst dich da jetzt her. Ich werde jetzt aber in rechnen, wann wir brauchen, so ein Blutdruck ist. Ohne. Sehr schön. Einmal ohne Sackhoch. Dann rechnen würde ich dann wieder brauchen, ohne Sackhoch. Jetzt drückt er sich schon ein bisschen klarer aus als vorher. Kommt einmal, wenn ich auf ihn. Und einmal bitte, muss ich noch zwei. Hallo. 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 Und bei mir war auch keiner dran. Ich glaube, da bist du ein Vorfreit ist dabei. Nein, wirklich. Wie vor Weihnachten oder vor Geburtstag. Das kannst du vergleichen. Kommt mit dem. Ich schenke es jetzt dann weiter zu meinem Kollegen zum Arzt. Danke. Alles klar. Der macht das restliche dabei. Dann kriege ich dann das Würstchen. Das dauert noch ein bisschen. Kannst du uns gar nicht was verlocken. Ich halte das einfach nicht aus. Ich gehe mit meinem Laufzettel jetzt zum Herrn Doktor. Grüß Gott. Bitte sehr. Ja. Ich rieche scheiße Essen. Es gibt dann eine gute Häusen, glaube ich. Wenn wir. So ist es ja. Wie lange wird das dauern? Wie lange wird ihn da liegen? Maximal zehn Minuten. Das hat schon einen Grund wahrscheinlich, warum ich nicht gespürt habe. Soll ich den Handel halten? Da weiß ich ja. Zeit abgefahren. Geht das so? Ja, das ist bequem so. Ja. Ja. Und wenn wir essen, was auch? Wann gibt es denn das? 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 Nein, das servieren wir es nicht. Geschenkt kriegst du wirklich nichts im Leinberger? Da kriegst du wirklich nichts geschenkt im Leinberger. Das ist aber nicht so ungemütlich, hast du das ja. Ich habe ganz spannend herritten. Wir haben ganz viele kleine Sticks. Das war schon schläftig. Und jetzt dürfen Sie mit Punkten langsam gleichmäßig. Darf ich oder muss ich? Sie müssen. Geht schon los? Ja, geht schon los. Das machen Sie die ganze Zeit natürlich schön entspannt. Weil wir nur mit der Faust arbeiten. Mache ich das gut? Ich mache das prima. Das Essen kriege ich dann auch? Ja, sie sollen ja was essen. Ah ja, das haben Sie ja gerade gesagt. Nicht so nervös und gut entspannt. Ich bin ja nicht nervös. War es sehr schlimm oder noch nicht? Mittelmäßig. Wir sind heute meistens schlecht. Wirklich? Sind Sie warmer? Ja. Wängst mich dann auf, wenn Sie fertig sind. Wie geht es soweit? Danke, gut. Sind das Depreziner oder eher Frankfurter? Nein, Krainer sind sie heute. Nein, Krainer sind sie heute. Heute haben Sie wirklich Glück. Oder sind Sie eher recht kreativ und abwechselnd. Das ist immer etwas anderes. Es ist eine heimelige Atmosphäre dabei. Absolut. Das habt ihr wirklich schon. Ja, wirklich gemütlich. Die Vorhänge und so. Also nette Leute. Gibt es da eine Live-Anzeige, wie viel Blut ich schon gespendet habe? Ich bin sicher, das zeige ich dir. Sag es mir doch ein. Ich bin heftig, wenn ich die jetzt aufgestanden habe. 324 Liter. Millie. Muss man da ein bisschen ein Vampir sein, wenn man beim Blutspendedienst arbeitet. So, für das Pumpen bedanken. Schau mal, jetzt kommt da gleich der Pips. Bitte, gerne. Jawohl. Ich muss sagen, so fit. So fit, wie ich am Anfang bin ich nicht mehr. Von der Fitness jetzt her. Kriegt man dann eine Cola dazu zu dir? Ja, Sie können jetzt sofort auch eine Cola haben am Bett sogar. Ich habe das Achtelrot auch. Wenn ich auch frage, ob ein Cola will, gäbe es einmal nichts, gell? Nur mit einer Wahl aus. Richtig, richtig. Also ich brauche nicht mehr Pumpen, gell? Jetzt brauche ich jetzt nicht mehr Pumpen. Ich bin da angeregt. Ich komme dann... Achso, ich lasse mich da Geld, wie ich es nicht ausgelungen habe. Ich glaube auch, das erste Becher ist gratis, das zweite muss ich zahlen. Ob das Geld mit? Ausgelungen! Erster! Dir geht es dir gut? Ja, komm mal los. Okay. Ich muss mir einen zweiten Becher bestellen, das Geld erst dann. Muss man dann schon eine Linie entlang auch, gell? In so einem Streifen mit einem Fing? Nein, Fing? Ich würde das ja bitten, dass uns die Spende immer freigeben oder im Nachhinein sperren, dass sie verwendet werden darf oder einmal. Oh, bitte, das will ich jetzt ein bisschen geheimnis. Ja, bitte, gar nicht. Da darf ich doch mal ich zuschauen. Ich schau, dass der nicht schaut. Berge, ich glaube, das war's. Ein Greiner ist Warmberger. Ja. Bin ich zufrieden? Gutes. Schmeckt das Würstchen? Schon, gell? Kannst du noch was? Noch was Gutes? Blut schmecken sie jetzt ja aus. Taukt man. Kannst du gern gepflastert, nur mehr ist nicht passiert. Auf die Blutspende-Action. wheelsdurch mit einem Flasen? Jetzt werde ich Aussen closely um die Blutspende. Und das war mir los. Der Worte, falls mich für die Blutspende, das merkt sich nach der Blutspende, will ich noch nicht sehen. Dann bin ich dran mit. Vielen Dank.